Nein, das kannst du nicht ausheben, unverschämt! Wir sind schon wieder am Rennen. Ja, guck mal, der kann locker in die Beine geschossen werden, oder? Aber wie doof ist der denn? Wir sind doch einfach nur da gestanden, er hat nicht getroffen. Der Typ. Leo, hold on! I'll help you barricade the door! Hä? Komm, du musst... Schnell! Nein, das ist... Kann ich's machen? Nein, nein, das ist... So, warte. Jetzt schieb! Wunderbar, steck mir fest. Oh, jetzt hab ich oben geguckt. Oh Mann! Da kommen wir doch niemals hoch. Schieben! Ah, schieben! Ah! Warte! Hä, wo? Leo! Get up there and I'll push you across! Oh yeah! Warte mal, ich kann doch bestimmt... Müsste doch funktionieren, oder? Kannst du rüber? Kannst du rüber? Oder kannst du noch nicht rüber? Nee. Pfeiße. Aber du bist oben? Ah, jetzt bin ich auch wieder oben. Nein! Warte, ich bin... Jetzt lauf doch mal schneller, Typ! Warte, ich bin drüben. So, schieb mal weiter. Jetzt noch mal? Piep weiter. Jetzt so. Ja. Okay. Hier sind drei, hier sind drei. Wo? Hier! Oh nein! Oh, warte. Oh! Scheiße! Jetzt bin ich hier! Ja. Mhm. Ja, okay, aber... Wann dann? 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 Hey, Chris! Okay. Geh hoch und werf das Seil runter. Ich schieb dich. Okay. Warte mal, ich bin wieder unten, ne? Ich hab immer vorher hochgeguckt. Ich habe immer vorher hochgeguckt. Ich knaufen müssen! Oh! Nein! Warten, bis das kommt! Nee! Jetzt lauf! Warte! Keine Sorge, in 30 Minuten ist die Tür offen. Ja, genau. Komm her! I'll lift you up! So. Okay. Ich hole schon wieder. Da musst du mich hochziehen! Nein! Guck mal, da ist ein Schacht! Ein Schacht! Ja! So! Wupp, die, wupp! Oh nein! Geh rein! Nicht in den Mutern schießen! Hallo, grüß! 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 Wie viel Munition hat der denn da drin? Schieben! Ach, schieben! Warte! Gehe! Gehe witzig schneller! Ich schieß die Lampen kaputt. Oh, kann er ja! Geh dahinter! Geh dahinter, geh dahinter! Genau! Aua, aua, aua. Du musst mitlaufen mit dem Ding. Ja, ja, ich kann aber nicht ganz vorne, was ihr drückt müsst, wie ihr grad da gefunden müsst. Überwältigen? Ja, okay, überwältigen. Juhu! Jetzt lauf doch mal schneller, Typ! Ja, ich komme! Aua! Aua! Oh, jetzt hast du ihn. Der macht es! Oh nein! Oh! Oh nein, wir können nicht... Wollen wir denn echt um, oder was? Nein, der schläft nun mal. Das muss das Kummer sein. Vielleicht hat der auch seine Autoschlüssel in den Game Boys gehabt. Stimmt! So, jetzt kannst du nicht mehr nach Hause fahren. Du bist ja killer. Was du nur davon? Du bist ja... Du bist ja... Ich weiß nicht was mit dir passiert. Aber wir müssen loslegen. Wir müssen das mit dem wir begren. Harvey wird immer weiterentwickeln. Ja, ich weiß. Ja? Dann warum du in der Hölle willst du wieder verlassen? Das ist meine Frau. Sie ist in der Krankenhäule. Was ist das Problem? Wir hatten nur ein Baby. Das ist großartig. Herzlichen Glückwunsch, Mann! Natürlich. Es ist... Es ist großartig. Danke. Ich bin impotent. Es ist nicht von mir. Ich bin impotent. Es ist nicht von mir. Es ist großartig. Es ist großartig. Es ist großartig oder nicht. Du musst nachdenken einen Kind. Alles, was passiert zwischen dir beiden. Es ist noch ein Kind. Ich weiß. Du bist richtig. Natürlich bin ich. Du weißt, ich bin. Du weißt, ich bin. Du hast uns das Flugzeug, nicht? Ich habe. Hier ist was wir machen. Wir gehen zum Hospital. Du hast einen Kind. Und dann gehen wir das Flugzeug. Du mit mir? Ja. Ich bin mit dir. Vincent. Ich muss dir auf das zu vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Okay, dann. Los geht's. Das besprechen wir halt einfach alle so neben dem Toten, ne? Ja. Der schläft nur. Der ist nur um ohnmächtig. Doch wer fliegt stattdessen die Autoschlüssel weg, ihr Brutalos? Ja, genau. Das machen wir noch. Gianni, solche Ausdrücke bitte nicht so in meinem Chat. Ich kann sagen, es war dein erstes Kind. Du kannst. Ja. Ja. Nach dem Krankenhaus, wie du dein Kind hattest. Ja. Ich meine... Entschuldigung über die Scheiße. Ich... Ich... Ich meine nicht in eine schlechte Weise, du weißt. Aber... Ja. Anyway. Es ist eine großartige Sache, zu sehen, dein Kind zu leben. Ja. Ich kann erinnern, dass es ist. Was? Was ist falsch, Mann? Was ist das Problem mit dir und dein Frau? Ich kann es nicht mehr, ich will. 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 Sie ist. Ich will. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Frau reagiert, wenn du so da bist. Hi Schatz. Ibims. Theraphin. Ja dann? Soll ich mal mit dem alten Herrn sprechen? Ah? Äh. 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 Ach nö. Fieches, wer alt bist, wo ich schätze ich auf 24, nee 25. Oh. Hast du das gehört, Katrin? Ja. Kannst du noch ein paar Ähchen draufschlagen? Ähm, ich bin 31. Noch? Oh, congratulations, Sir. Danke. Du musst dich nicht anmelden, irgendwie wegen Namen und so oder wegen welcher Frau. Oh, oder? Ich meine, du kennst auch vieles froh, oder? Ich hab gesagt, meine alte hat geworfen. Ich kenne dir wirklich, was du. Oh. Ich wein. Hörn Sie auf zu simulieren. Komm, mach mal. Komm, mach mal. Kannst du noch mal mit ihm reden? Ja. Ja. Bestimmt Fußballspieler. Das ist ein Fußballspieler. Geil, ja. Du läufst die ganze Zeit vor mich. Ich lauf nicht. Peachy, was machst du? Dich? Du läufst die ganze Zeit. Ich lauf nicht. Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Wollen wir die anderen auch fragen, was die haben? Das ist so witzig. Nee. Ich hab überhaupt nichts. Bin nicht gelaufen. Allstimulanten. So, jetzt ist es so witzig. Das ist nur die Käm. Soll ich auch mal reden? Hä? Sie den Arm brechen, oder was? Das ist besser. Oh. Sie wollen doch nicht jammern. Nein, ich hab mir mal den angebrochen. Ja. Mi, 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 mi. Ja, natürlich. Komm, was machst du jetzt da? Was ist mit den Leuten? Was ist mit ihnen los? Sie sind im Vorhinein. Oh, oh. Das ist ganz schlimm. Soll ich auch noch mal mit ihm reden? Ja. Warte mal, ich rede auch noch mal mit ihm. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Geil. Und die? Und die? Was? Was? Hallo, Netzwerk Philipp. Lass mich ein, ich rede auch. Was? Ja, ich rede auch noch mal. Daher bin ich als cold. Oh. Nein. Soll ich auch noch mal hören? Bitte? Bitte? Geil. Wahrscheinlich hat sie jetzt schon das zweite Kind geboren, so lange wie wir jetzt so... Oh, spielen! Oh ja, lass mal spielen! Warte. Komm, wir müssen jetzt unbedingt hoch, ne? Das ist ja cool. Ja. Ich war ja angestrengt am Überlegen. Ja. Oh, ja. Ja. Auch Tom, vielen Dank für den Fondo. Herzlich willkommen. Ja. 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 Was ist das? Ich bin ganz aufgeregt mit Pappi. Ja, aber jetzt hol ich deine Videokamera raus. Oh, oh. Oh, ja. Oh, oh. Der geht es bestimmt zu seiner Frau. Zu der Oiden. Okay. Whatever. Das ist ein Schauspieler. K.O. schlagen. Nee, herausreden. Da steht jemand. Das ist ein Schauspieler. Oh. And soft. Kann ich auch mit dir reden? Ja, ist ja manchmal so, ne? Ja, aber das ist echt heftig, gell? Ja. Das ist wichtig, dass du nur noch so kurz zu leben hast und dann noch im Krankenhaus feststeckst. Ja, das stimmt. Das ist halt echt heftig. Hallo, du kriegst ein Kind? Willst du mal ein bisschen... Ooooooohh! Nicht für einen wollte ich sagen! Yeah! Okay. Ja! Ja, ich bin sicher, was ich dachte. Ach so, warte mal. Oh. Hä? Wie geht das denn? A und D, ne? Du bist super da drin. Ja, du musst immer ausbalancieren. Hä? Ich kann das gar nicht. Uh. Ich check das. Ah. Oh, ah. Aha. Jetzt kapier ich das. Okay. Okay. Nein! Oh, nein! Okay. Ach kommis. Geh mal gleich zu deinen Olden. Zu deinen Olden. Okay. Oh nein! Wollt auch nicht. Warte. Ich such schon mal. Oh, das sind schon Babys. Babys! Pipies! Wo sind Pipies? Oh, Pipies! Sie werden beide bezahlt. Zwei Tüfen. Zwei Tüfen. Eine Birne. Geil. Ich will auch noch mal, warte. Du schießt die Bitch, ein Geil, oder? Geil. Hi, Bagheera. Äh, Netzwerk. Philipp, ich spiel ihn hier. Den lieben Leo. Ihn hier. Weißt du, was Chucky schreibt? Kaum sehen Frauen Babys, schießt die Milch ein und die Stimme wird zwei Oktober höher. Das ist auch bei Tieren so. Baby! Hallo Frau, bist du schwanger oder hast du zu viel gegessen? Ist das Eve? Guck mal, ist Eve? Da sitzt Eve. Ja, witzig, ne? Sie klingt wie meine Mutter. Geil. Ja, nett. Ihre Bauform sagt Ich finde das gut, dass man so unterschiedliche Sachen machen kann, aber du merkst halt auch schnell, dass du immer nur, du kannst dich nur einmal ansprechen, einmal was auswählen, aber keinen Dialog halten. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das stimmt. Aber ich finde es eigentlich schon ganz geil, weil, weißt du, ich drübe und du so der Der softe Eventuell, sag ich schon Milch ist doch Gift. Oh mein Gott, das ist wirklich gut. Ich sollte nur eine von den Nürsen sprechen. Danke, Mann. Das ist nicht wirklich was ich meine. Ich weiß nicht, dass ich niemandem erzähle. Ich weiß nicht, ob du einen Doktor oder einen Nürsen sehen kannst. Dreh dich mal den Arsch. Was hast du denn? Bier, Mann. Was hast du denn? Versuchen sie auch nicht, sie brauchen Hilfe. Du brauchst Hilfe. Ja, ich mache es. Ich muss wirklich schade aufhören. Ja, gut Glück mit dem. Danke. Man könnte wahrscheinlich hier Fernsehen gucken, oder was? Meinst du? Na, hier kann man sich hinsetzen. Ja, ich glaube, man kann sich aber nur hinsetzen. Ah, du kannst Fernsehen anmachen. Ja, warte, ich mache mal an. Oh, aber nicht, dass sie uns zeigen. Wer spielt da mit dir? Äh, das ist die liebe Kamikotrin. Das ist langweilig. Ich mache wieder aus, bevor sie wirklich noch was von uns zeigen. So, gehen wir mal zu der Drohler hier an der Rezeption. Ja, das machst du, Papi. Okay. Hallo. Meine Frau hat ein Kind. Ja, komm, komm endlich mal, Leo. Oh, okay. Den Finger. Die Tür voll in das Face. Ja, aber da gehe ich jetzt nicht mehr rein. Zeig mein Kind. Was mein... Oh, ich hatte ja noch gar keine Haare. Oh, oh, warum sagt die jetzt da nichts? Weil das von einem anderen ist. Ja. Oh, baby girl, huh? Um, ich lasse euch alleine. Ich werde wundern. Ich werde wundern. Ja. Und, uh, congrats, by the way. Okay. Ich werde wundern. Sag mal, Senkfuß-Einlage. Sie ist so schön. Sie ist. Sie wissen, ich liebe dich. Vincent, bitte. Ich liebe dich so sehr. Ich muss nur das zu Ende haben. Du musst mir vertrauen. Carol. Was du willst, wenn du mir gesagt hast, ich sagst, Ich will nur... Ich will... ... mich und mich, okay? Dinge werden anders sein. Du sagst, aber du hast dich getrennt. Ich kann das nicht leben. Ich kann das nicht leben. Ich werde das nicht leben. Ich werde das nicht passieren. Ich versuche. Du musst mir信, Carol. Warum hat die denn keinen Bauch mehr, so direkt nach der Geburt, das ist unmöglich. Das ist jetzt das neue Abnehmprogramm. Oh oh. Oh.